Schön, dass ihr auf dieses Video geklickt habt, wie Jasmin aus Baden-Württemberg angereist. Wie hast du uns entdeckt? TikTok auch? Instagram? Genau. Und schaut euch mal bitte die Haare nochmal an. Seht ihr das, was hier an Haaren auf uns wartet? Guck mal das an. Das ist so viel. Das wird eine richtig heftige Arbeit, auf die ich mich aber freue. Und schön, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kleiner Trommelwirbel. Jasmin, viel Spaß mit deinen ersten Hüren. Oh, was? Sieht sehr schön aus. Sieht sehr schön aus. Ja, genau so wollte ich es. So wolltest du es haben? Könnt ihr das sehen? Sie feiert sich. Guck mal, seht ihr das? Ja, sie ist auch fast emotional so ein bisschen, oder? Also es ist ein kleines bisschen. Ja, sehr, sehr schön. Sie ist richtig, richtig erwischt. Ja, sehr, 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 sehr. Ja, sehr, 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 sehr. Ja, sehr, 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 sehr. Vielen Dank.